Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Review-Kanal. Hier findet ihr ein breites Spektrum an verschiedensten Videothemen und das Ganze ist aus unserem Hauptkanal Paralightworks heraus entstanden, auf dem wir seit vielen Jahren eigene Kurzfilme produzieren und hochladen. Ja, der Kanal hier dient aber dem Informationsaustausch und natürlich dem Interesse an geschichtlichen und technischen Sachen. Und ja, da findet ihr Videos unter anderem natürlich zu deutschen Ausrüstungen aus dem Zweiten Weltkrieg und Uniformen, auch von anderen Kriegsnationen, ihr findet Tutorials, wo wir verschiedenste Sachen erklären, ihr findet Unboxing-Videos, wo wir eure Pakete hier vor der Kamera auspacken, ihr findet Videos, in denen wir über Taschenlampen oder Airsoft reden, ihr findet Videos, wo wir zeigen, wie wir Requisiten herstellen oder auch einfach unsere Meinung zu bestimmten Produkten sagen und das völlig frei und unvoreingenommen. Wir haben auch die Thematik, dass wir manchmal Livestreams machen oder natürlich auch mit euch rege in den Kommentaren diskutieren über verschiedene Sachen, denn ein Austausch sollte auch im Vordergrund stehen, denn man lernt ja nie aus und manchmal hat der eine oder andere richtig gute Ideen und das ist halt auch eine Sache, ein Geben und Nehmen, wo jeder was davon mitnehmen soll am Ende und das ist wirklich eine Sache, die uns wichtig ist. Und da wir jetzt auch bei dem Thema Kommentare sind, bitten wir euch natürlich, das Thema Politik außen vor zu lassen. Das hat auf diesem Kanal nichts zu suchen. Dafür gibt es andere Kanäle, die deutlich besser geeignet sind und wo man da auch rege diskutieren kann, keine Frage. Aber bei uns geht es wirklich um die Informationen und um das Interesse an geschichtlichen und technischen Dingen und deswegen bitte ich euch, das zu respektieren. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auf dem Kanal die Videos findet, die euch interessieren, die ihr sucht. Wenn nicht, schreibt uns gerne in die Kommentare, was es für Anregungen gibt, was euch interessiert und wenn es in unserer Macht stehen sollte, werden wir auch versuchen, das zu produzieren. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal.